Hallo, ich bin Marius Steinhauser von den Recken und heute machen wir den Trikottausch. So, wir starten mit meinem Heimatverein, dem TSV Roth. Da hat alles begonnen. Mit 15 habe ich angefangen dort Handball zu spielen und hat mega Spaß gemacht. Tolle Erinnerungen mit Freunden, Familie. Deswegen immer wieder schön, das Trikot zu sehen und auch wieder zurückzukommen. So, weiter geht's mit dem Trikot der HG Offensheim Schwetzing. Da bin ich in der A-Jugend hingewechselt. Das war eine tolle Zeit, zwar nur ein Jahr, aber wir sind in die A-Jugend Bundesliga gekommen. Ich wurde damals Torschützenkönig und deswegen, ich glaube, ist auch schon ganz schön ramponiert. Trotzdem immer wieder schön und tolle Erinnerungen an das Trikot. So, weiter geht's mit den Rhein-Neckar-Löwen. Da hat meine Profikarriere angefangen. 2013. Tolle Erinnerungen mit vielen Titeln, coolen Mitspielern. Ich glaube, die EAF Cup gewonnen, zweimal Deutscher Meister. Das ist eine tolle Zeit und ich denke immer wieder gerne daran zurück. Danach ging es weiter zu SG Flensburg-Handewitt in den Hohen Norden. Auch eine tolle Zeit mit tollen Erinnerungen. Wir haben auch gleich direkt am Anfang zweimal die deutsche Meisterschaft holen können. Ich glaube, da oben lebt man Handball und das habe ich auch immer gespürt und deswegen auch ein besonderes Trikot in meiner Trikotsammlung. Dann ging meine Reise weiter zu den Recken nach Hannover. Ich und meine Familie haben uns super eingelebt. Wir haben eine tolle Mannschaft mit tollen Charakteren und ich freue mich auf das tolle Projekt in den nächsten Jahren. Reckenrocken!